hallo zusammen hallo freunde heute möchte ich was mit einem pendel machen ich habe es euch hier schon an der decke gehängt ich kann den leider nicht so arg schwingen lassen weil ihr seht hier bin ich schon an der decke also habe ich nicht so viel platz je höher oder je länger die schnur ist umso besser geht der pendel natürlich dann auch so um zeigen was ich machen möchte ist eigentlich hier so was wer das noch nicht gesehen hat da ist mir leider die kamera ausgegangen dieses habe ich mit dem menü kleber gemacht etwas dünner angerührt jetzt getrocknet ja in die wellen gar nicht schlecht für meinen ersten versuch meinen ersten pendel versuch war es doch gar nicht so schlecht ja ich komme schon cool da habe ich halt gekleckert ein bisschen da auch aber ja genau schiebe ich schon runter also ich finde es nicht schlecht ausbaufähig und vor allem wenn meine schnur dann auch mal hebt dann passt das wer auch solche bilder mal sehen möchte trotzdem auf instagram ein bisschen werbung machen also auch helsing paint art design einfach mal suchen gerne abonnieren würde mich freuen da zeige ich auch mal solche bilder wo ich nicht mit kamera gemacht habe oder eventuell auch die kamera wieder ausgefallen ist aber letztes mal gut dieses mal habe ich jetzt mit dem pouring medium von schminke angerührt habe genommen beziehungsweise nehme schwarz als untergrund türkis blau zinnobe rot und dann habe ich noch etwas und zwar pearl rot also ist eigentlich weiß mit einem schimmer von rot auch von amsterdam könnt ihr mal schauen mal sehen wie das wirkt dann würde ich sagen lasst uns starten ich erkläre euch auch gleich noch wie ich die löcher in die becher rein mache und ja da hier vielleicht noch ich habe mir da einfach einen deckel genommen das heißt so ein deckel da wo so steine drin sind und dann passt eigentlich einen becher super rein zack so funktioniert es dann ok lange rede kurzer sinn lasst uns starten bis gleich ja das war mein wachwurm der passt immer auf meine bilder auf ich habe schon so oft gesagt er soll nicht in die kamera gehen aber naja mit dem würde ich übrigens auch noch was machen ist aus silikon und dann schauen wir mal ob es funktioniert und was schönes rauskommt ok also farben habe ich hier schwarz nehme ich als untergrund wie gesagt blau rot und dieses pearl rot also nur einen schimmer von rot drin mal sehen ob da was rauskommt gut ich nehme im prinzip hier einen ganz normalen becher meine idee wo jetzt am besten funktioniert nehmen wir hier den brenner mal diese schraube ja was ich da habe die erhitze ich vorne ok mein brenner hängt was da passiert ok alles gut alles gut erhitze hier vorne so müsste reichen ups oder nehme ich hier ok reicht noch nicht vorführeffekt da denkt noch ein bisschen farbe drin von letztem mal jetzt dürfte es heiß genug sein und schmor hier einfach ein loch rein das loch ist groß genug das reicht dann schauen wir mal ich wollte nämlich noch das kann ich gleich machen einen aua aua jetzt wird es heiß in einem becher zwei löcher rein machen ja komm sei egal muss ich nur schauen wie ich das zuheben nachher spaß muss sein so und dann kann ich nämlich den becher nehmen eben dann das loch zu befüllen und dann kann ich ihn los pendeln lassen jetzt werde ich aber erst einmal die grundfarbe schwarz machen wie gesagt ich habe es auch etwas dünner angerührt damit es einfach besser durch das loch fließt auch so ich schiebe das mal zu mir her ich habe übrigens mit so pins abgedeckt ja was heißt abgedeckt die erhöhung gemacht so kann ich eigentlich gleich nehmen dafür ich will jetzt auch nicht so viel farbe wir verteilen wieder auf den untergrund so die ränder schmier ich jetzt mal so voll also das funktioniert auch ganz gut mit diesem purring medium von schwinke ihr seht es für solche sachen sind die halt schon gut dann schmiert er auch nicht so viel farbe auf den boden oder auf den tisch aber gut ich lasse jetzt trotzdem noch ein bisschen laufen damit es sich gleichmäßig verteilt das ist mir lieber dass ich eine gleichmäßige oberfläche habe hier wenig farbe auf den tisch zu schmieren so dann haben wir das jetzt diese kante gefällt mir noch nicht das ist nicht gut also mir ist da wirklich wichtig eine gleichmäßige oberfläche zu haben so jetzt versuche ich das in die mitte zu legen das ist Das gefällt mir gar nicht, so der typische Hofi Reflekt, auch mein Tipp, etwas hinterher laufen lassen, ja da ist was drin, ich sehe es gerade, da ist was drin, ich hoffe ich habe es jetzt, ja wird schon passen. So, kurz mal abputzen, also eigentlich eine ganz einfache Technik, da könnt ihr dann selber kreativ werden, mit ein bisschen Übung, wie ihr das auch schwingen lasst dann, aber eine coole Sache. So, jetzt nehme ich meinen Finger natürlich, mache den Boden zu, fange jetzt mal mit blau an. Ich überlege gerade, ich mache erstmal eine Farbe. Müsst ihr halt auch mal aufpassen, mit dem Schwingen, ist nicht ganz so einfach, aber dass es ein bisschen rund drehen lässt. jetzt schauen wir mal. Und ich muss auch mal schauen, ob die Farbe dünn genug ist. wie gesagt, mit diesem, ja sie fängt zu tropfen an. Okay. Dann muss man vielleicht schauen, ob wir etwas dünner machen oder dicker lassen, das ist die Frage. So, das ist natürlich dieser Vorführeffekt wieder, aber ich, ihr kennt ja mich, mein Kanal. Ich werde die Farbe noch etwas mit Wasser verdünnen, wobei das ja auch keinen schlechten Effekt gibt. Ohne missbedenken, dass ihr halt ringsherum etwas Platz lasst, weil die Farbe spritzt natürlich auch außen herum. Oh ja. Ich merke, gerade ist etwas nachgedickt. Das steht jetzt schon etwas. Und vor allem aufpassen, dass halt nichts hinein tropft auf das Bild. Jetzt denke ich mal, ist das besser. Ja, das ist auch noch etwas nachgedeckt. Also da bin ich echt mal gespannt mit dieser Farbe hier. Also da lief der Vinylkleber etwas dünner durch, hat dünnere Streifen gemacht, aber das kommt natürlich auch cool. So. Wo ist mein Becher mit Loch? da ist hier. Jetzt nehme ich erst mal das Rot hier rein. Da haben wir jetzt natürlich noch etwas blau mit drin. Aber ist das so schlecht auch nicht. Jetzt schauen wir mal. Ich weiß gleich, ob ihr es sehen könnt. Und jetzt lassen wir das mal anders herum laufen oder schwenken. Ah, das gibt dickere Streifen. Wenn man es dünner macht. So. 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 Und jetzt ist es natürlich etwas Rot in das Weiß gekommen. Also auch nicht so toll. Weil eigentlich solltet ihr ja dann immer einen neuen Becher nehmen. aber soll jetzt nur zu vorfühlzweckend sein. So. Ja, hat etwas besser geklappt. Jetzt habe ich hier noch wirklich einen Rotstich drin. Schade. So. 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 Ich lasse das nur jetzt mal frei laufen. Damit ich auch diese Farbe drin habe nachher. Fühlt sich sehr dünn an. So. Nehmen wir den Becher nochmal zurück. Setzen sie wieder rein. ein Loch zuheben. Schauen wir mal jetzt, lasse ich es gerade mal so rum von der anderen Seite. Ja seht ihr, ich glaube jetzt haben wir es fast zu dünnflüssig gemacht. Also müsst ihr aufpassen, auch nicht zu dünnflüssig machen. Und weg. Nehme ich noch mal etwas weiß. Der Bogen war mir zu schwach. Mal andersrum laufen lassen. Auch wieder zu schwach der Bogen. Ihr könnt natürlich dann auch das Brett verschieben. Und dann lassen wir einfach nur. Ups. Habe ich sogar runtergetraubt. So. Hm. Meiner Meinung nach war etwas zu dünn geworden. Aber egal. Testversuch. Jetzt mische ich die Farben einfach mal. Nehme das Rot, das Weiß. Ein bisschen. Und das Blau. Und schauen wir mal was da noch rauskommt. Na ja, nicht zu weit schwenken. Lass den ganz mal andersrum laufen. Kommt mir fast zu dreckig schon. Okay, jetzt haben wir es wieder so weit, dass es ziemlich außen rumläuft. Jetzt kommt es rein. Ja, durch das Blau und Rot gibt es halt Lila. Ja. Ich glaube das lassen wir so. Okay. Also ich sehe das Bild jetzt mal als okay an. Das ist nicht so ganz so toll. Muss ich sagen. Mit dem Menükleber hat es eigentlich etwas besser funktioniert. Das vielleicht nochmal zum Vergleich. Ihr seht es hier. Es gab schöne dünneren Striche. Am Anfang war das etwas zu dick und dadurch hat es dann getropft. Jetzt war es etwas zu dünn, so wie es aussieht. Und diese dicken Dinger gefallen mir halt auch nicht so. Okay. Sollte aber wie gesagt, also so wie immer eigentlich für euch zur Inspiration dienen. Ihr könnt das dann selber testen. Und vielleicht erschaffe ich dann doch mal ein schöneres Kunstwerk. Wir schauen mal wenn es trocken ist. Ich zeige es euch jetzt erstmal von nahem. Dass ihr es einfach mal seht auch. Also ich habe da auch kein Silikon rein. Also ich fand diese ersten blauen Streifen passt immer noch am besten. Das weiß ist auch okay. Rot zu dick. Aber wir sehen es einfach mal als abstrakte Kunst an. Und dann passt das. Okay. Dann bis gleich. So Freunde. Jetzt mal von nahem. Hör jetzt auf. Oh Mann. Okay. Ich nehme mal diesen Becher weg hier. Dass ihr es einfach mal seht. Wie gesagt hier viel zu viel. Ah. Ich muss voll aufpassen wo der Bildrahmen ist. So. Ja das Lila hat zum Schluss hinten uns sparen können. War wieder zu viel gemacht. Die roten Streifen waren am Anfang auch ganz cool fand ich. Hier am Rand ist es eigentlich richtig gut geworden. Hier am Rand ist es eigentlich richtig gut geworden. Da noch in der Mitte die hellen. Müssen wir einfach mal schauen. Seht ihr denn das ist dieses. Ich bin mal gespannt wie das rauskommt dann wenn es trocken ist. Dieses Pearl Schimmern. Also Pearl Rot. Okay. Da hat er sich auch fast zu viel schon wieder. Aber. Hat teilweise auch was. Okay. Also gut. Dann hoffe ich euch jetzt wieder Spaß gemacht. Ein bisschen inspiriert. Und. Ja. Was ich vielleicht noch sagen wollte. Also mit dem Venue Kleber geht es auch ganz gut. Nur einen Ticken dünner machen. Also etwas dünner machen. Dann funktioniert das auch. Weil wie gesagt. Ich. Mit diesem. Puring Medium von Schminke. Auch nicht ganz so optimal. Aber da muss man natürlich auch die Mischung. Wieder herausfinden. Habe jetzt auch noch nicht so oft mit dem gearbeitet. Also gut. Dann. Hoffe ich euch jetzt Spaß gemacht. Euch inspiriert. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüß. 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 Tschüß.